Wie wird die fleischfressende Venusfliegenfalle bestäubt? Ja, also, wir erinnern uns alle an die eine sehr gefährliche Biene-Maja-Folge, in der Flip der Grashüpfer in der fleischfressenden Pflanze gefangen war und sich nur so halten konnte, weil die fleischfressende Pflanze schon allmählich zuging. Die wurde nämlich durch die Zeit immer kräftiger und der Flip mit seinen vielen Armen aber doch immer schwächer. Da kam Willi vorbeigeflogen. Ja, 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 was machst du denn da wieder für Quatsch? Und dann war die Hauptaufgabe von dem Grashüpfer, den Willi davon zu überzeugen, dass er gerade in Lebensgefahr ist, weil der Willi sagt, du machst doch irgendwie da nur Quatsch. Hilft uns das konkret bei der Beantwortung dieser Frage, ist die Frage. Ich glaube, nein.